ja und warum mein name ist ein uhr und spiel grüß euch zurzeit bei tales of sparia die definitiv edition ja wir sind hier vor jorden gehen weil es zählen und raven abgauen sind und wahrscheinlich hingeflüchtet sind laut dem entelexia aus die hause und ja guck mal wo die sind ich habe auch nichts gemacht und ja mal schauen was die los ist so braven es der lebt wird hat warum wir uns nicht bescheid gegeben haben und das war vorher war nicht auch ich wusste aber eine illusion da habe ich schon vorher weiß nicht das letzte mal hier waren irgendwie so schon vermutet huh die Es gibt keine Zeit. Es tut mir leid, aber wenn es so ist, dann wird es nicht so gut sein. Das ist so, was du hier? Oh, du hast du hier? Du hast es geschafft. Ich verstehe das hier. Ester, wo du bist? Na, was du? Was ist das? Was ist das? Entschuldigung. Was ist das? Das war's für heute. Ich bin jetzt an die Baktion. Ich bin hier für dich. Ich bin hier für dich. Jodel und Schimmat. Ja, Mairon. Warte! Alexei! Geh! Alle sind hier, ey. Wenn du dich nicht mehr machen willst, dann schau dich! Die Prinzessin ist ein Baktion-Schindes. Was? ok jetzt kommt jetzt kein kampf ja danke wir waren auch gerade das ist das wieder mal erklären das ist das ist das ist das ist das ist das so kann der mit der kirche karen muss kann man kann man sich nicht ich war ja julie schottkaukasse wachsäcke ich weiß irgendwie nicht gerade was er gerade abgegangen ist ja der typ ist jetzt aufgenommen haben jetzt alle direkt so zum schluss irgendwann schlimm ist passiert ich kann jetzt irgendwie gar gar nicht mit ihm über passiert ist ja wahrscheinlich wäre sein weil ich halt pause gemacht hat aber es ist kaum nächstes mal sehr freundlich der ist jetzt einfach aufgetaucht und alle haben direkt gesagt ja du bist der drahtzieher ich habe ich habe jetzt irgendwie gar nicht kapitel los ist aber okay gut weiter zu blöd für die story ich weiß gar nicht Ich habe mich nicht so gut, aber ich habe mich nicht so verletzt. Ich habe mich nicht so verletzt, dass ich einen Apparatur für Nordpolika und Apatia hatte. Ja. Ich habe mich nicht so verletzt, was ich? Ich habe mich nicht so verletzt, dass ich mich nicht so verletzt, was ich nicht so verletzt. Das war's für heute. Ich weiß nicht, was ich. Ich weiß nicht, was ich. Dass ich richtig leben kann, was ich. Das war Alexei. Deswegen bin ich. Ich habe mich nicht verletzt, dass ich mich verletzt. Ich habe mich nicht verletzt, was ich. Ich habe mich nicht zu sagen, dass ich mich nicht zu sagen. Nein, ich habe mich nicht verletzt, weil ich nicht zu sehen. Ah? So, what do you think of Yodel? If there's something in the face of the Lord, the kingdom... That's right. That's why I'm going to keep my team up and protect Yodel. But the captain... I'm going to ask you. Ah... Well... I don't want to let you get angry with me. I don't want to let you get angry with me. And that's why I'm going to help Estelle. So... I'll give you the brave Vesperia. Okay. I'm going to ask you for the guild. You're so stupid. I'm going to take you to Estelle. I'm not going to be able to help her. I'm going to help her. Don't let me go. I don't want to meet you. But... If you want to come together, you'll be able to do it. Yuri... But I know. I'm going to do it really. Ah... I'll go back to Estelle and return to the king of Yodel. I'll never let you get into the kingdom of the king. I'm sorry. Sodia, Uitch, Yodel... I'll ask you. You can be able to get back in as soon as possible. I'll tell you that to the lord. I understand. Thank you. So, Yurie. Alles klar, ewige Anwahl, dann hat sich der Gruppe angeschlossen. Vergeltung. Er hat sich die Gefühle zu geben. Ich kann es nicht vergessen. Das ist die Gefühle von Esterize. Jetzt ist der Alexei. Ich habe ihn nicht verstanden. Ja, er ist ein Schmerz. Ich habe keine Gefühle zu geben. Ich werde das Gefühle zu geben. natürlich wieder voll er hat nur so viele sachen die er lernen muss und klinge plus man könnte ja nützlich sein was der gleiche war die uhrig hat hat irgendein anderes lambert irgendwie ironisch er bekommt eine feuerwaffe während juri denkes verfahrt eine eiswaffe nach sehr aktuellen rüstung aus gott schild ok nicht man war diese dinge jahre ausristen oder vielleicht was neues lernt noch keine ahnung schon mal hier ist dann lernt irgendwie war tier kochen mäßig gehört jetzt eigentlich klug jetzt hier ein paar zu wenden und den ein bisschen hoch zu leveln ja also nicht hoch so der fähigkeiten zu lernen und so sind am anfang des parts also ja kann man nicht machen das gefühl wird danach wieder abhauen aber da sind mit all den sachen deswegen hoffe ich dann das lange dauert so wir müssen nach wie auch immer normal die ponesia irgendwie sowas und ja das ist hier der ort glaube ich dieser ein ort immer mal gefunden haben wo ich gedacht hatte das wäre der ort wo wir vorhin mussten aber ja 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 passiert schon was vergessen sie den neuen titel zu geben er hat das war noch mal das anime kackte Okay. Ah, wir sind nur Estelle. Aber, wenn wir in dieser Stelle einsteigen, sind wir Astelle? Dann schleichen wir uns rein. Aber wir tun schon landen, okay. Die vergessene Schrein, Baktion. Ja, was ist denn da los? Jetzt habe ich mal versucht. Ja! 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 Pardon? Der Tag retten! Ich habe die Bewegung von Herakles gesehen. Und dann haben wir uns geholfen. Oh mein Gott, dass das künstliche 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 Künstler. Was ist das, was du? Ich habe mich nicht verletzt. Ich habe mich nicht verletzt. Ich habe mich nicht verletzt. Hey! Alles klar! Was? Sie sind? Sie haben gesagt, dass sie mir geholfen hat. Sie haben gesagt, dass Yodel gesagt hat. Alexei ist in der Kirche! Sie werden schnell verabschieden! Herr Präsident! Wir müssen uns mit uns zusammen mit Yodel. Ich weiß nicht. Es ist zu sagen, aber es ist sehr gefährlich. Das war genau. Ich finde das zu sehr gut sein. Das ist das meine Aufgabe. Es ist alles zu viel. Also, ich bin jetzt der Mann. Ich bin der Mann. Ich weiß nicht, ob es nicht so ist, ob es nicht so ist, ob es nicht so ist. Das ist ein Problem. Es ist ein Problem. Wenn ich so etwas sagen würde, dann würde ich es auch mit dem Ringgold-Ataut. Ich habe keine Zeit mit dir zu tun. Du... Ringgold-Ataut? Du... So, Soria, das ist nicht so. So, Soria! Ich sage nur das, Yurie-Lowell. Du bist... Du bist nicht für deine Beziehung. Das war's für heute. man war das intellekt ja Okay. ok alles klar dann gehen wir mal rein Ich bin mir das, was ich. Ich bin mir das, was ich. Ich bin derjenige, Herr Kahn. Ich bin der letzte Mal, das ist eine große Herausforderung. Ich bin der Estelle, oder? Oder ich bin der Alexei? Ich bin derjenige. Ich bin derjenige. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Ich weiß nicht, ob es ein敵er ist, aber ich weiß nicht, ob es ein敵er ist. Ich weiß nicht, ob es nicht so gut ist. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht so gut bin. Ich weiß nicht, dass wir beide sind. Patti, bist du okay? Okay, das ist wirklich okay. Okay, okay, Esther ist es. Ich bin bereit. Ah, Alexei. Er hat gesagt, dass ich mein Gehirn gesagt habe. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass die Gehirn nicht die Gehirn gebeten. Ich weiß nicht, ob ich das Gehirn nicht verstehe. Ich weiß nicht, ob ich die Gehirn habe. Jetzt geht's weiter. Gehen wir. Das ist jetzt nicht so, dass wir mit Freunden sprechen. So ist es, du hast dich geholfen, woher Alexei hat. Ich habe mich von der Kish-Dan-Chau herausgefunden. Ich habe mich von der Kish-Dan-Chau herausgefunden, und habe mich von Yurin zurückgezogen und versucht, die diese Situation zu verhindern. Und dann habe ich auch von Varvos und Largo, Ich weiß nicht, dass die Kümöl-Kümmel auch Alexei in der Kümöl war. Ich weiß, dass die Esterlize geholfen wurde. Ich habe mich überzeugt. Wenn ich mich noch schneller fühle. Aber ich habe mich daran erinnert. Ich hoffe, dass ich mich noch mit der Kümöl-Kümmel bin. Ich hoffe, dass wir die Esterlize wieder zurückkommen. Oh, das ist die Patti. Ich hoffe, dass du auch die Kümöl-Kümmel hast. Natürlich! alles klar so erst mal wieder ein okay also 42 watt wir haben kein highlight in unserer gruppe ich glaube finden kann auch ein teil zaubern gott bis da kommt dann nicht über der tier die wohnzahntierklinge leuchten auf falke schaltstoß tierklinge habe ich ja normalerweise habe ich da schon schwer trägen nein da so ein abbauch ritterkrieger ok sind schon wieder 40 und recht trainieren habe ich doch für heiner auf einer gewahrt soll ich eine mühste gehabt gewesen in tels of the abyss von guy irgendwie ironisch weil sie genau so aus wie fliegen irgendwie wieso eigentlich aber ich muss ja ich habe drei jahre für die andere meine ich was da los bei dir bist du da mann brennen patty racing phoenix dies hat glaube ich und geil vielleicht mal ein paar neue sachen gelernt in einen kampf ja ich muss die kämpfe machen ich glaube wir erwarten so eine heilspeichepunkt auf uns damit ich hier irgendwie weiß nicht auf screen trainieren kann so da war ich mich verdrückt man wir haben gar kein highlight das ist ein bisschen nicht gut da bin ich ja gar nichts gott nein ich noch mal heil ein gewerkt man ich werde mich nicht heilen können ja danke an items man jetzt mir auch ein bisschen merke ich hoffe ich kann jederzeit rausgehen ich habe das gefühl nicht angreifen ich hätte auch schon mal eingesetzt mit ihm ich habe mich bitte das gibt es jetzt nicht erinnert ich habe doch was ich trainieren auch auch okay ist gut wir haben kein highlight das kacke raven ist auch nicht hier der hat auch so ein heilschuss der alle heilen kann wenn man alles gebrauchen können wir dann kann in der echten boah schlechten position unser kochen von sehen auch irgendwie nicht die ganzen wörter die verwirren ich ja voll blast ja apathe ich komme irgendwie gar nicht mit mit dem ganzen begriff und so blöd dafür ich weiß was intellektuell sind vor allem einmal bevor wir weiter gehen muss ich erst mal gucken können können wir jederzeit herausgehen bei items gehen uns auch langsam hier so aus ich möchte jetzt mal gucken ob wir hier ausgehen können nicht weil ich jetzt schon ausgehen will sondern scheint aber der fall zu sein ok weil ich muss glaube ich immer ein bisschen mehr erkundet haben wir rausgehen und klamotten kaufen unsere charakterotter willen meine gegner sind schon level 42 und wir spielen auf höchsten schwierigkeitsgrad der uns momentan zur auswahl steht und ja die gegner die wäre nicht einfacher ich muss mal weil sie nicht ich wieder hinsetzen und ein bisschen weil ich wollte eigentlich nicht in den rein ich wollte eigentlich ja egal mit talent sehr ja ich muss ja raus ich muss ich muss ein paar sachen lernen ich muss unsere charaktere hochleveln geben wir nicht habe ich nicht vergessen das firma die exakt gleichen angekommen schon irgendwie so aus das hat man angefangen aus wie so eine heilfälte war es halt mich nicht schuldig ist auch gleich tot wir machen einfach zu viel schaden habe ich da nichts drauf die ganze zeit hier nach oben da war ja wir sind nach jedem kampf hier vollkommen im einmal danke wenn ich mal funktioniert meint den teilen carlos siegel ja 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 ich hoffe wirklich ist irgendwo gotten halt speichern in der nähe du bist ein monster wird er sagt für ihren monstens kämen ist einfacher dann kenne ich einige von ihnen hat schon öfter schon mal auf weltkarte oder so gesehen ich kann ja viermal anreißen da macht wahrscheinlich alles hier von kette und so höllenfeuer was auch immer ausgerüstet hat schon mal ein bisschen ja auch um ex von mir herr mal jeden angabler ausprobieren dämonisches chaos ausgerüstet er kann schon mal erwarten dass im nächsten fahrt und hier weitermache wieder ein paar neue sachen gelernt habe oder so veränderte arzt und was weiß ich als schmelzegel und art in oa naja mut für patty Ich weiß, dass er noch nicht so gut ist. Ah... Alexei ist ein Mensch, der Schöne ist. Wenn man sich glaubt, dann kann man ihn sehen. Ich verstehe. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass er das Leben ist. Aber... Aber... Ich weiß nicht. 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 Ich habe das erste Mal gesagt. Ich weiß nicht. Dann. Ich habe mich auf dem Boden und ich werde ihn verraten. Ah. Okay. Heilen. Fällt mir gerade ein. Irgendwie gar nicht. Sie haben das gleich. Sie sind. Aber sind sich uneins, wenn sie es reichen sollen, wenn sie sich einigen, das weiß ich nicht. Ich weiß aber, Carol hat... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Aber noch was habe ich gesehen. Ich habe genau gesehen. Das ist aber stärker. Das wäre allgemein auch eine gute Idee. Die ganzen Stärken Waffen auszurüsten. Aber ich habe auch nur Sachen zum Lernen. Deswegen mache ich lieber so was auf screen. Wenn ich weiter mache, auch vernünftige Klamotten ab. Das war ja auch noch so was. Ich hätte auch nicht viele Klamotten hier sind. Ich glaube, es hat auch nicht mehr so was. Ich kann doch mal gucken. Der Kapitel. Wir sind noch nicht oft genug. Die 천en Sache. Ja. Der Kizu ist ein guter Mensch. Ich bin dran. Wenn du es falsch bist, dann kannst du dich schützt. Aber... Aber... Du bist so... Du bist so gut. Vielleicht... Die Nerven. Ich bin mehr auf der anderen Seite. Ich bin mehr auf der anderen Seite. Das ist egal, oder? Sie haben uns die Zeit zu gehen. Ich habe das Gefühl, dass ich das Gefühl habe. Ja, das stimmt. Es ist eine große Herausforderung. Nein, das ist nicht so. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ja, das stimmt. Für mich ist es... Es ist eher so schwerer aus dem Meer. Ja... Es ist so schwer, Yuri und Fren. Ich habe jetzt eine Karte. Gott. So. Mir ist aber gekommen. Einige gehen ja wahrscheinlich auf dem Weg gehen. Du bist neu. Na ja. Bist du ein Einhorn-Norzeros? Was? Ein Horn-Norzeros. Schwach-Gängelung. Gleich auf dem Weg, glaube ich. Ich habe eine... Um... Um... Ja. Ich hatte auch noch... Ah, Kappa so. Oh. Frestert. Überlotscht. Irgendwie nicht so stark. Da komm mal ja. Oh. Du auch. Nein. Macht irgendwas. Nein, ich habe doch R2. Gäufe. Fertig. Das eine seine... Das hat Essen verhauen. Sie war ja tot jetzt. Irgendwie ja. 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 Nein, 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 nein. Nein, danke. Naja, aber das habe ich jetzt keine Lust. da bist du da jetzt eine heilsprechung in dem bauch mal jetzt ganz ehrlich so unkel sternen so viele sachen noch zum lernen starke zauber ok also war das victor mp aus final fantasy verbaust mehr magie ja da geht es allerdings laut der karte dafür eine doofe karte soll ich nicht bekämpft boah ehrlich hey na gut jetzt werden wir sehr frische charaktere am start 39 ja ich muss echt mal dort habe ich noch einige partie aufs lager da habe ich ein paar tage zeit um ja zu leveln und so wir sind aber eine denkbar schlechte position gerade also mit keinen heiler und so ne ja also dafür soweit juri im team ist ich darf viel einfacher da müssen wir auch so schnell ein schenkel gott verdammt lennen wenn wir kochen haben jetzt mal ein bisschen üben ich würde aber gerne eine ganze menge neuer kunden so mittel schmeißt mir jetzt kein boss kampf oder so hinterher das jetzt garten sehr denkbar blöder zeitpunkt so synthetisieren muss ich auch noch einige sachen im jahr so also noch einiges hat ich auf screen hier machen kann um mich vorzubehalten sollte ich auch vielleicht machen einfach nur ja weil muss halt gemacht werden perfekt ich habe ich alle ignoriert gekonnt das war es jetzt nicht so wert also heute sollte man erst mal in die sack ausgelaufen sorgt für level 45 verschwärts nicht schlecht hier für alle charaktere aber bitte sagen wir erst ein haltsschwecher punkt jawohl gott dann sage ich das ist mal ein perfekter zeitpunkt in den paar zu beenden ich werde dann ja ein bisschen level mindestens bis 45 sorg für weil ich glaube wir bauen hat wenn einige waffen ja wir haben ja auch noch fliegen ich habe so gefühle wird uns sowieso nicht lange erhalten sein also wollen die hat hier noch zum lernen ich habe gar nicht ausgerüstet und ja ich sage ich tue mich dann ja dran machen mit meinen charakteren erst mal ja sachen zu lernen und ja dann bin ich müssen wir vorbereiten der nächsten part und war dann hoffentlich war meine etwas einfache zeit hier durchzukommen gut nehmen sie sage ich danke schon fürs zuschauen ich habe euch hat gefallen wir sehen uns in der nächsten folge wieder tschau tschau